Hallo, liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen hier zurück zu Metro Last Light. Inzwischen sind schon anderthalb bis zwei Wochen seit der letzten Aufnahmesession vergangen. Ich bin gerade noch ein bisschen am rumtesten, wie die Steuerung ging, aber ich glaube, ich bin relativ gut wieder... Ah! Guck mal, das hätten wir das letzte Mal übersehen. Hier haben wir noch Filter bekommen. Und wenn wir hier Filter bekommen... Ich will gar nicht da rein. Das heißt bestimmt nichts Gutes, wenn ich Filter bekomme. Irgendwie ist es so... So, 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 äh, so nieblick. Ich hoffe, das ist, äh, normal. Wie kriegen wir noch mehr Filter? Oh nein, ich hab keine Lust, die Filter wieder anzuziehen, beziehungsweise die Gasmaske. Was ist das hier? Oh! Lol! Das ist ja richtig cool. Kann ich... Okay, nee, geht nicht. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Und es gefällt mir gar nicht, dass ich hier fast gar nichts sehe. Ich nehm die kleine Waffe, weil ich mit der präziser schießen kann. Was ist das? Hab ich's? Wo? Alter, da oben. Da war zumindest was. Okay, den Panzer vorne haben wir weggeschossen oder was, wo immer das ist. Warte mal, Idee, ich mach kurz das Licht aus. Und mach's jetzt an. Summer! Kann das hässliche Viech mal sterben? Warte mal. Ich nehm jetzt wieder die andere Waffe. Nee, die nicht. So, ich mach jetzt wieder das Licht aus. Warte gut. Ey, wie viel hält denn das Viech aus? Ich guck jetzt mal... Ich mach das jetzt anders. Ich guck jetzt nach links... äh, rechts. Warte. Sag mal, willst du mich verarschen? Kann ich hier... Ey, so viel kann das Viech doch nicht aushalten. Oh, jetzt sind's zwei. Uah! Ey, die kommen von überall, Mann! Ich will die gerne alle töten und dann weitergehen. Oh, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich muss aufpassen, dass von rechts keiner kommt. Oh, da kommt einer von rechts. Oh, den hab ich. Aber ich hab nicht nur so viel Munition. Der ist tot, ne? Was war das jetzt? Oh, Mann, der ist wieder nachgeladen. Oh, das. Der ist immer noch tot, Mann! Stirb jetzt! Oh, Pucke. Soll ich mich verarschen? Warte, hier, C. Wenn sie jetzt nicht tot ist, ne? Okay, hier kommt ein anderes. Ey, nicht schon wie... Ah, danke, dass ihr jetzt noch einen Schuss habt. Okay, ich glaub, so funktioniert das nicht. Ich rush jetzt durch. Ich glaub, hier gibt's eh nichts zu looten. Oh, Pucke, da. Oh, Mann. Alter! Hässliches Viech stirb jetzt? Greift's mich einfach an, Alter. Wirklich, das geht ja gar nicht. Was erlaubt sich dieses etwas? Wo, 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 wo? Ich hör's, aber ich seh's nicht. Wie viel halten die Viecher denn aus? Ich hab auch nicht unendlich Munition, Mann. Soll ich renn's weiter? Ich kann nicht rennen. Danke dafür. Ohla! Iiii! Stirb, 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 stirb! Oh, da kommt's nächste! Boah, das ist einfach mal auf die andere Seite gerannt. Das ist scheiß Vieh. Ich weiß vor allem nicht, wo ich draufschießen muss. Eigentlich muss ich ja unten draufschießen, auf dem Panzer und so. Aber irgendwie funktioniert es nicht so ganz. Wollen wir mal kurz hier ein bisschen nachladen, von, äh, Helligkeit her. Geil, ich hab noch zwei Schuss. Geil. Jetzt hab ich keine Munition gehabt. Jetzt hab ich nur noch meine Sniper. Ah! Scheißviech, Alter. Warum ist denn da noch eins? Renn doch, Junge! Wo muss ich hin? Da. Los, 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 mach, 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 mach! Wie, ich muss den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Das ist jetzt nicht mein fucking Ernst, oder? Was ist das? Kann ich hier durch? Nein, natürlich kann ich hier nicht durch! Warum auch? Ich hab ja nicht irgendwie gar keine Munition mehr oder so. Alter. Wetten die... Sie sind halt echt weg. Ich hätt einfach durchrennen müssen. Ja, Mann. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Nice. Wo, wo, was? Wie? Achso, äh, geh. Alter, ich hab mich voll erschreckt. Ich dachte, jetzt sind irgendwelche Viecher da. Ach, das sind... Oh, ich dachte, das wären Leute, die ich looten kann. Nein, das sind wieder so hässliche Viecher. Habe ich... War ich denn jetzt richtig gestellt? Nö. Jetzt war ich grad aus. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich laufe jetzt erstmal lang, dass ich direkt, äh, richtig machen kann. Ihh. Ich hab irgendwie das Gefühl, ich muss da voll durch... durchrasen. Durch... Das sieht schon einfach schon so aus. War so ein bisschen rot, aber... Was ist... Oh nein, nicht die Viecher. Wir können's mal probieren. Ich kann allerdings auch nochmal hier... Ah, okay. Das funktioniert wirklich. Wir fahren mal geradeaus. Mal sehen, ob ich da durchfahren kann. Hä? Wo, 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 wo? Wo ging ich ihn jetzt grad fest? Egal. Wir probieren jetzt mal aus, ob ich da jetzt voll durchfahren kann. Ich hab da nur noch die Sniper, man. Das find ich nicht so geil. Das funktioniert halt echt. Oh. Ich hab irgendwie gerade das Gefühl, dass meine, äh, Gasmaske kaputt gegangen ist daran. Zumindest hab ich jetzt an meinem Bildschirmrand überall solche, äh, hier, wie nennt er das? So, so kaputte Dinge halt. Ähm, als wär's gesprungen. Ah, Munition. Das, äh, das, äh, das gefällt mir sehr. Das gefällt mir tatsächlich sehr. Okay, ist nix mehr. Die Tür kriegen wir wahrscheinlich auch nicht auf, ne? Nee. Ähm, hier, Filder wechseln. Äh, mal kurz... Los, mach. Mal kurz hier aufladen. Hallo. Ich hab's gern, wenn meine Taschenlampe sehr hell ist. Weil, das seht ihr mehr und ich auch. Gibt's hier noch irgendwas zum Looten? Ich... Ähm. Oh. Da hab ich einen Totenkopf runtergeworfen. Äh, also... Einen Totenschädel. Kann man hier hoch? Ja, ich kann hier hoch. Cool. Aber hier gibt's nix. Das, äh... Ja. Nice. Oh, es wurde gespeichert. Muss ich hier doch hin? Egal, Munition. Munition ist immer gut. Mehr Munition. Ah, Dynamit ist gut, weil Dynamit... Äh, verwende ich jetzt momentan relativ oft. Fällt mir einfach mega gut. So, was ist das hier? Ja, gut, ich muss doch auf die andere Seite. Schade. Wo bleibt denn der hier mal hängen? Was ist das? So, aussteigen. Kannst du bitte links... Ja, aber danke. Und dann fahren wir jetzt die andere Seite. Das Problem ist halt, ich hab... Doch, ich hab... Ja, jetzt hab ich ja... Jetzt hab ich Munition. Das ist sehr gut. Hallo, wechsel mal die Wache. So. Gut, ich hab zwei Magazine. Was ist das denn? Egal. Oder ist noch weitere Weiche? Dann steigen wir mal wieder aus. Und gucken nach, wo wir hin... Warte, hier war doch irgendwo... Hier. Lass mich hier durch. Als ob's... Als ob das einfach nur da ist. Es ist einfach nur da. Okay. Hey, Filter weg sind. Wie lange hab ich noch Filter? Ich weiß gar nicht. Ich hab nicht nachgeguckt, Freund. Das sollte aber eigentlich genug sein. Oh, scheiße. Okay, hier kann ich also sowieso nicht lang, so wie es aussieht. Ah, Loot. Zum Glück lauf ich hier lang. Oh, nein. Warum kann ich hier lang? Ich will hier gar nicht lang. Oh, warum geh ich hier eigentlich lang? Nein, nein. Oh nein, es wird gespeichert. Das heißt, nichts Gutes. Definitiv nichts Gutes. Ähm. Ich hoffe, es kommt nicht mehr. Du kannst ein bisschen weiter zittern. Erschreck bitte die Leute, die vorbeikommen. Oder deine Partner. Ah, davon hab ich auch schon zu viele, okay. Hallo, mein Freund. Ähm, hast du irgendwas dabei? Nein. Schade. Ähm. Ähm. Joa. Dann gehen wir wieder zurück. Also müssen wir doch geradeaus weiter. Ich dachte schon, hier hinten geht's lang, ich muss mein schönes Auto verlassen. Das wäre nicht so schön gewesen. Ich mag dieses Auto. Vor allem ist es sauhell. Das ist voll megageil. So. Ähm. Ach, ich kann ja gar nicht von vorne rein. Immer von der Seite. Also, dann fahren wir. Oh nein. Ey, die kommt auf safe gleich von oben. Ja, bitte komm nicht runter. Oh, scheiße. Ich muss da gleich rein. Oder? Wer hätte es gedacht? Nein, ich will, äh, kann ich, kann ich nicht? Nee, kann ich nicht. Ich kann ja normalerweise, ähm, mehrere Sachen am Klick, also, ähm, dieses, dieses Handbuch Teil, äh, Notizblockteil, was es da gibt, kann ich auch nochmal, äh, in die Hand nehmen und da steht dann drauf, was ich machen muss. Und das war auch eben diese Notiz, ähm, äh, hallo, hallo, ich häng fest. Hallo, hallo. Ah, klar. Ich wollte irgendwie da vorbei, aber da kann ich leider nicht vorbei. Das heißt, ich muss zu diesem Viech. Was ist da hin, was, was wir gerade hingesehen haben? Nein, bitte nicht. Achso, Loot, 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 Loot. Das sind so Patronen, ich seh, okay, die sind schon geschossen. Was? Oh, Neugas noch. Danke. Ja, genau, ich hab's, ja, die war kaputt. Und jetzt, gestockt. Jetzt wieder gespeichert. Mal gucken, gibt's denn das? Boah, Alter. Das kam jetzt ein bisschen unerwartet. Ähm. Alter, ich komm nicht zurück. Ich häng fest. Jetzt. Was macht ihr da? Boah, Junge. Braucht nicht so lang zum Nachladen. Ich hätte die Waffe vielleicht nicht wechseln sollen. War vielleicht eine dumme Idee. Nein, 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 nein. Lass mich am Leben. Dafür ist die Waffe schön stark. Und ich hab richtig viel Munition für die. Ich glaub, ich behalte die doch mal. Ähm. Einen Sniper will ich eigentlich auch behalten. Für die Kleinen hab ich keine Munition. Tut mir leid, du musst jetzt dran glauben. Achso, für die hab ich auch keine Munition. Hm. Ah, komm, ich nehm die. Wie viele Medikäte, ich weiß es nicht. Kann ich nachgucken? Oder doch, kann ich nachgucken? Stehst du da irgendwo? Jaja, vier Stück hab ich noch. Okay. Vier Stück hab ich noch. Ich sollte mal vielleicht ein bisschen aufpassen, dass ich nicht so oft gehadet werde jetzt. Weil ich hab keine Lust zu sterben. Wobei ich sowieso die ganze Zeit sterbe, als man da. Eigentlich weiß ich nicht. Nein, Spaß. Ähm. Jetzt hier irgendwas. Muss es doch bestimmt irgendwas geben. Ein Stuhl. Verdächtig. Cool, ich kann nicht. Hui. Ist hier was drin. Munition. Nice. Nein, nein. Ich sollte aufhören, Munition zu verschwenden. Und die hier vielleicht in die Hand nehmen, weil die diese Waffe ziemlich stark ist. Und das gefällt mir. Ich hab halt nur irgendwie keine Ahnung, wohin muss. Das ist, ähm. Ja, kann man mal machen. Und ich muss mich, naja, ein bisschen beeilen. Ich hab nur drei Minuten Filter. Also für drei Minuten stand grad hier drin, da unten. Und jetzt ist es nur noch eine Minute. Ähm. Ich sollte mich vielleicht beeilen. Irgendwas zu finden. Ist das hier? Ein Notizblock-Teil-Ordner. Da ist noch einer. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Eine Maus. Eine sehr flache Maus. Alles im Bildschirm. Lel. Gut, hier gibt's aber anscheinend nichts. Dann gehen wir mal weiter. Was ist das da? Ein Schlüssel. Kann ich nicht? Jetzt kann ich nicht einsammeln. Okay, das heißt, hier gibt's irgendwo ein Tresor. Den ich mit diesem Schlüssel öffnen kann. Okay, hier kommt man nicht durch. Äh, kann ich hier drüber springen? Ups. Hier. Ey. Hier drüber. Natürlich. Spring halt einfach nicht drüber. Aber gut, das heißt, dass ich da nicht langen soll. Das heißt, ich soll... Hä? Jetzt bin ich leicht verwirrt. Hier komm ich... Warte mal. Geht das? Nö. Hä? Hier ist ein Schloss. Kann ich... Okay, ich kann dieses Schloss nicht öffnen, weil es noch nicht mal... Es hat noch nicht mal was für einen Schlüssel da drin. Äh, hä? Wo muss ich dann langen? Muss ich jetzt wieder zurück, oder was? Äh? Ich geh mal zurück. Wo ging's denn überhaupt zurück? Hier? Ja, hier. Oh, hast du da oben. Hilfe. Hä? Ja, wo muss ich jetzt hin? Ah, guck mal, hier war auch so ein Tor. Ach, jetzt komm ich hier vor... Vorhin war hier Zeug. Genau. Jetzt komm ich hier vorbei. Ah. Hä? Ich häng fest. Wo? Oben. Okay. Ich... Ich... Hä? Bin ich... Bin ich retarded? Sag mal... Ach so, okay, ich muss crouchen. Ich dachte schon... Ich bin irgendwie komplett inkompetent. Okay, hier komm ich nicht rein. Hilfe. Ich seh nix. Ah, okay. Hä? 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 Äh, irgendwie weiß ich grad nicht, was ich machen soll, weil ich komm hier nicht... Also, ich... Hä? Ach so, hä? Ich... Ich... Ich glaub irgendwie nicht, dass es so gewollt ist. Hm? Mach ich das hier richtig? Hey, auf jeden Fall komm ich hier vorbei. Komm ich auch auf der anderen Seite vorbei? Oh. Ja, ähm... Hä? Ich kann aber auch nicht da rein. Ich hätt jetzt so gedacht, äh... Ja gut, ich muss jetzt da rein. Äh... Und damit irgendwas machen. Weil ich hab ja jetzt grad einen Schlüssel bekommen. Aber... Warte. Muss ich vielleicht? Ja, als ob. Darauf muss man erstmal kommen. Und ich überzieh schon wieder gnadenlos. Das ist auf jeden Fall echt gut. Ich würd sagen, ich mach genau hier... Oh. Wie viel... Hilfe. Hilfe. Wo ist der andere? Ach! Gut. Okay, ich hab's überlegt. Ähm... Ich würd sagen, ich mach hier jetzt mal kurz einen kleinen Foltenbreak. Und... Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst doch eine Positiv-Wergen da, wenn's euch gefallen hat. Und... Tschüss! Tschüss!